Wir haben uns vorgenommen, Ihnen ab und zu, wenn wir Gelegenheit dazu haben, neue deutsche Musikgruppen vorzustellen. Sei es aus dem Bereich der sogenannten E-Musik, der Ernstenmusik oder auch aus der Popmusik. Die Band Kraftwerk, die Sie gleich hören werden, ist in der Popszene für eigenwillige Klang-Experimente berühmt. Ihr Name bezieht sich übrigens auf das enorme elektronische Apparatur, mit der das Kraftwerk arbeitet. Gestern nun ist Ihre neue Schallplatte erschienen, in der völlig andere Kraftwerk-Töne angeschlagen werden. Der Titel heißt bescheiden Ralf und Florian. Ihre Musik ist deutlich leiser, melodiöser, konsumierbarer geworden. Der besondere Reiz liegt darin, dass auch traditionelle Elemente, sentimental-romantisches, musikalische Allgemeinplätze in das elektronische Klangspiel integriert werden. Und das ist auch, wie ich meine, ironisch zu verstehen. Darauf deuten schon Titel wie Heimatsklänge, Klanggebirge, Ananas-Symphonie oder dieses Stück, das schlicht Tanzmusik heißt. Der Titel wie Heimatsklänge, Klanggebirge, Ananas-Symphonie, der Titel wie Heimatsklänge, Klanggebirge, Ausarno unter den 박γ Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020